Guten Tag. Ahoy, ich seht wieder eine neue Packung an Hypnola und... Hier spricht das automatische Beratungstelefon der Praxisgemeinschaft Eschenholz. Hallo, Frau Doktor. Dieser Anruf kann zu Schulungszwecken von Ihrer Krankenkasse aufgezeichnet werden. Ja, von mir aus, aber ich brauche jetzt 3... Möchten Sie ärztliche Beratung, dann drücken Sie die 1. Möchten Sie regelmässig über unsere aktuellen Weinangebote informiert werden, drücken Sie die 2. Aber ich verträge doch den Wein nur zusammen mit Roh Hypnola. Bitte drücken Sie eine Taste. Ja, 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 mach jetzt keinen Stress. Dann nehme ich halt ärztliche Beratung. Für Bauchschmerzen drücken Sie die 1. Für Halsschmerzen die 2. Für Kopfschmerzen die 3. Äh, ich glaube, ich nehme mal Bauchweh. Für Schmerzen im Oberbauch drücken Sie bitte die 1. Für Schmerzen im Unterbauch drücken Sie den Blinddarm. Au! Sie haben Au gesagt. Unsere Diagnose lautet akute Blinddarmentzündung. Hey du, komm ich da an ihm von allen anderen rüber. Drücken Sie die 1, wenn Sie wirklich stur auf einem Arzt bestehen. Oder die 2, wenn Sie sich unter Anleitung eines unserer Operationsberater selber operieren wollen. Das kann ich selber aber nur mit Roh Hypno. Zurzeit sind alle Operationsberater besetzt. Ihre Wartezeit beträgt 5 Stunden und 20 Minuten. Hey Moment mal, wann ist die Wartezeit, wenn ich nur Valium nehme oder Ritalin? Bitte unterbrechen Sie unsere Musik nicht. Ja, sorry. Gefällt Ihnen unsere Musik? Drücken Sie die 1. Möchten Sie, dass ich Ihnen etwas vorsinge? Drücken Sie mich. Ich meine, die 2. Hey, die Stimme kenne ich doch. Du bist doch Priska. Weisst du nicht mehr, wir haben doch früher einmal miteinander gekiffet. Möchten Sie mich wiedersehen? Dann drücken Sie die Stern-Taste. Ja, hau, hau, hau. Du, Priska, ich habe dich nie vergessen. Tippen Sie Datum und Uhrzeit ein und bestätigen Sie unser Date mit der Rautetaste. Unsere Hypno bringe ich ja gerade mit. Ha, so gut, du. So geil, das neue Guspensystem.